Im Rahmen von 3 Minuten Umweltrecht haben wir uns ja schon über Erlaubnisse unterhalten. Eine gewerberechtliche Erlaubnis oder eine abfallrechtliche Erlaubnis beispielsweise zum Sammeln oder zum Behandeln von Abfällen. Mit letzteren und der Abgrenzung zum Abfallmakler und zum Abfallhändler wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Wer mit Abfällen umgehen möchte, braucht eine abfallrechtliche Erlaubnis, beispielsweise eine Abfallsammlererlaubnis oder eine Abfallbehandlererlaubnis. So sieht es das Abfallwirtschaftsgesetz vor. Das Abfallwirtschaftsgesetz ist aber nur unter Anführungszeichen die Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie. Und die Abfallrahmenrichtlinie kennt nicht nur den Abfallsammler und den Abfallbehandler, sondern vor allem auch den Abfallmakler und den Abfallhändler. Der österreichische Gesetzgeber hat es nicht für erforderlich gehalten, alle vier dieser Begriffe näher im innerstaatlichen Recht zu definieren. Er ist beispielsweise hinsichtlich des Abfallmaklers auf dem Standpunkt gestanden. Wir haben ja sowieso das Maklergesetz und deswegen brauchen wir keine eigene Definition im Abfallwirtschaftsrecht. Für die Praxis ist das allerdings insofern von Bedeutung, weil der Abfallsammler und der Abfallbehandler sind eben erlaubnispflichtig und der Abfallmakler und der Abfallhändler sind nicht geregelt, demzufolge nicht erlaubnispflichtig. Nur wie grenze ich denn jetzt diese Tätigkeiten näher voneinander ab? Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hat dazu vor kurzem in einem meiner Meinung nach wegweisenden Erkenntnis einige Hilfestellungen gegeben. Einerseits, das sagt auch der Gesetzgeber in den Erläuterungen, geht das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich zur Abgrenzung auf die Sachherrschaft ein. Das heißt, wer über einen Abfall verfügt, tatsächlich oder rechtlich verfügt, der ist Abfallsammler, braucht also eine Erlaubnis. Wer über diesen Abfall nicht mal rechtlich verfügt, weil beispielsweise, das ist eines der Indizien, sich der Kunde des Abfallmaklers aussuchen kann, nehme ich den vorgeschlagenen Abfallentsorger überhaupt oder nicht, der ist nur Makler. Der Makler vermittelt also nur die Kontakte und, bedeutsam, der Makler braucht keine abfallrechtliche Erlaubnis.